ARK Survival Evolved Anwenden oder wenn ihr im Multiplayer Dedicated Server zum Beispiel spielt Wir starten einmal mit den Save Games Und zwar, ihr findet das Spiel, das wir beim letzten Mal heruntergeladen haben Wir haben es in der letzten Aufnahme gekauft und heruntergeladen bzw. installiert Wir hatten gesagt, wir wollen ein Icon auf dem Desktop haben Das sehen wir jetzt hier oben Ihr könnt das natürlich frei arrangieren, je nachdem, was ihr halt angegeben habt auf eurem Desktop Immer in einem bestimmten Raster oder vollkommen frei Ich habe hier drüben alle meine Spiele, hier drüben alle meine Daten und Programme Wir hatten damals gesagt, wir wollen das Ganze auf dem Laufwerk D haben Je nachdem, was ihr angegeben habt, findet ihr es vielleicht auf C oder F oder was weiß ich, wie viele Laufwerke ihr habt Ihr öffnet das, dann geht ihr zu dem Ordner Steam, denn es handelt sich hier ja um ein Steam Spiel Wir haben das Ganze bei Steam gekauft, also man kann das wie gesagt auch bei anderen Anbietern kaufen Aber man kriegt dann einen Steam Key und muss es letzten Endes ja dann doch von dort herunterladen und installieren Ihr öffnet das Ganze, findet dann weiter unten Steam Apps Der Aufbau ist wirklich bei jedem immer gleich Dann geht ihr zu Common, zu Arc, zu Shooter Game Und dann findet ihr hier normalerweise den Ordner Save Games Oder Saved Den habe ich jetzt hier noch nicht, weil wir haben das neue Spiel noch nicht gestartet Ich kann euch das Ganze aber mal anhand meines alten Save Games zeigen Der Ordner heißt dann eben Saved Dieser Ordner würde normalerweise hier mit drin liegen Wir können uns das Ganze nach dem Spielstart noch einmal angucken Dann öffnet ihr diesen Ordner Und je nachdem, wie viele Maps ihr gestartet habt, findet ihr hier unterschiedliche Save Game Ordner Valguero, The Center, Scorched Earth Der hier heißt einfach nur Saved Arc Local, das ist aber The Island Ragnarok, Logs und Local Profiles, das interessiert uns erstmal nicht Genesis, Extinction, Dino Exports Gibt ja die Möglichkeit im Spiel auf den Button zu drücken, Dinos exportieren Dann werden nicht die Dinos selber exportiert, aber deren Daten Crystal Isles, hier haben wir die Config Datei Klein Painting Caches, wenn ihr irgendwelche Gemälde oder Farbstrukturen oder sowas angelegt habt Und Aberration Und je nachdem, was ihr eben wollt, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Aberration Vorausgesetzt, ihr habt schon einmal Aberration gestartet Nur dann legt ihr dafür natürlich auch einen Ordner an Findet ihr hier eine ganze, ganze, ganze Menge verschiedener Dateien Das einzige, was wirklich wichtig ist, ist diese hier Die, die hinten .arc hat Ja, arc-Datei, .arc Aberration, unterstrich p Wofür auch immer, .arc Das ist die eigentliche Spieldatei Hier seht ihr immer, von wann die ist 14.02.2020, 15.58 Uhr Und was das für ein Dateityp ist und wie groß der ist Das ist die Datei, die wirklich wichtig ist Wenn ihr irgendwas vorhabt und ihr nicht sicher seid, ob es klappt im Singleplay Zum Beispiel ein Boss Fight Dann lege ich dafür immer eine Kopie an Ja, wir schmeißen die hier mal kurz raus Dann seht ihr, wie das funktioniert Ich habe hier auch immer noch eine Alt Oder in dem Fernsehen sogar noch eine Altern Ihr klickt hier drauf mit der rechten Maustaste Geht einmal auf Kopieren Drückt hier einmal ins Nichts Sagt einmal wieder Einfügen Und dann habt ihr die hier Ich ändere, mach immer noch die Endung weg, weil ich mir nicht sicher bin, ob der die dann nicht aus Versehen von dort startet oder so So, ihr habt jetzt also eine Kopie von diesem Spielstand Ihr seht, das Datum und die Uhrzeit ist das gleiche Er wird weiterhin das hier öffnen Wenn ihr im Spiel feststellt Ups, hat irgendwas nicht funktioniert Was weiß ich Ihr wurdet zwar zum Boss geportet, aber eure Tiere nicht Macht er das Spiel wieder aus Dann speichert er natürlich diese Arc-Datei an dem Stand, an dem ihr das Spiel verlassen habt Aber ihr wart klug, ihr habt eine Kopie erstellt Deswegen mache ich das dann häufig so, dass ich hier aus Arc einfach die letzten beiden Buchstaben wegnehme und Alt draus mache Machen wir in dem Fall jetzt mal nicht Weil wir haben hier schon eine Alt-Datei Das ist dann sozusagen die Alte Ihr könnt auch aus dem Alt einfach wieder Arc machen Dann startet er die wieder neu Und aus dem Bindestrich Kopie mache ich dann einfach wieder eine .arc Und dann würde er diese hier wieder starten So So legt ihr auf jeden Fall bombensicher eine Kopie eures Spielstandes an Ihr nehmt die Arc-Datei und kopiert sie einfach, fügt sie hier ein Ich gucke immer darauf, dass die Endung auch wirklich eine andere ist Und wenn ihr die Alte, kann ja sein, dass ihr sicher gehen wollt Also ich würde sie nicht löschen, ich würde sie nicht löschen, bis ich mich nicht davon überzeugt habe, dass die Kopie auch wirklich funktioniert So, hier habt ihr Tribute, Arc, Tribute, Tribe Das müssten also verschiedene Tribe-Daten sein Und dann Profil Was haben wir hier noch? Anti-Corruption-Bug und New-Launch-Bug Das hier sind alles alte Speicherständer Der legt die relativ zufällig an Ihr seht die Daten 9.2.12.7.14.5. Die sind teilweise von 2019 Die Uhrzeiten Wenn ihr sagt, oh nee, die letzten drei Monate habe ich eigentlich nur Mist gemacht Ich will wieder zurück Dann könnt ihr euch einen davon aussuchen Aber wie gesagt, die sind total zufällig angelegt Und es kommt auch schon mal vor, dass der einfach mal ein, zwei Tage lang gar nichts anlegt Obwohl ihr gespielt habt Da könnt ihr richtig Pech haben Deswegen, wenn ihr wirklich was Großes plant, wo ihr euch nicht sicher seid, ob das funktioniert Macht ihr am besten über diese ganzen Also in dem Fall ist es nicht das Sondern über diesen Weg hier Und dann zu den Saved-Games rein Legt euch lieber eine Kopie an Sicher ist sicher So, was haben wir hier noch? Was wirklich wichtig ist Config Und hier findet ihr in dem Fall unter No Editor Window No Editor Also das hier heißt Server Das ist eben für den Server No Editor findet ihr die sagenumwobene Game-Inni-Datei Habt ihr sicherlich schon gehört Das musst du in die Game-Inni eingeben Das findet ihr hier Auch wichtig die Game-User-Settings-Inni Also eure persönlichen Einstellungen und die Einstellung vom Spiel an sich Ich trage, wenn ich was eintrage, es in der Regel in beide ein Ich weiß nicht, ob es sein muss Aber mal funktioniert das eine, mal das andere So, wie gesagt Wir haben jetzt erstmal das hier Also das ist sozusagen der Speicherort Und die Saved-Games habe ich euch gerade gezeigt Wie man eine Kopie davon anlegt Ihr könnt auch im Spiel In die Konsole Die öffnet ihr mit Tab Zeige ich euch gleich Den Befehl Cheat Oder wenn ihr im Singleplay seid, braucht ihr Cheat nicht eingeben Aber ansonsten ist es Cheat Oder sogar auf dem Server Admin-Cheat Wenn ihr das nur für die Admins erlaubt habt Und dann mit einer Freizeichen Kommt das Wort SafeWorld Also zusammengeschrieben Und dann sollte er auch einen Speicherstand anlegen Ich hatte allerdings bisher nicht den Eindruck, dass das funktioniert Aber angeblich funktioniert es Ich habe das schon mal gemacht Habe das Spiel ausgemacht Habe nachgeguckt und habe von dem Zeitpunkt keinen Speicherstand gefunden Deswegen weiß ich nicht Wir würden jetzt einfach mal das Spiel starten Ihr macht einen Doppelklick auf das Icon Falls ihr das Icon da drauf gelegt habt Ihr könnt aber auch direkt Steam öffnen Und das Spiel aus der Bibliothek öffnen Der muss jetzt Steam hier erstmal aufmachen Eventuell gab es auch schon wieder irgendein Update Und das kann halt mehr oder weniger lange dauern Ja, es gab ein Update Das heißt, wir werden uns das dann gleich nochmal angucken Wenn er dann soweit fertig ist Wie gesagt, so startet ihr das Spiel über das Icon Wenn das Update abgelaufen ist Zeige ich euch, wie ihr das Spiel über Steam selber startet So, das Update ist nun durchgelaufen Also wie gesagt, ihr könnt das Spiel über das Icon starten Oder wenn ihr es hier unten in der Startleiste habt Auch über Steam Bibliothek Oder in meinem Fall Ich habe das auch hier drin Müsstet ihr eigentlich auch Unter S wie Steam Da findet ihr das Ganze auch Und dann könnt ihr die Sachen Das war Skype und nicht Steam Man muss schon auch lesen, was da steht S, wo ist S? Hier ist S Skype, Steam, genau So, dann könnt ihr das auch von hier starten Spielen, ja Genau So, wenn ihr das über den hier macht Dann habt ihr hier die Möglichkeiten Verschiedene Sachen noch mit zusätzlich auszuwählen Dass ihr dieses Battle-Eye-Anti-Cheat nicht haben wollt Auf unoffiziellen Servern geht das aber nur Das ist sozusagen die Matrix Die ermittelt, ob ihr Cheat-Commands eingebt Das ist nämlich auf offiziellen Servern nicht erlaubt Ob ihr das hier über DirectX 10 Also mit Low-End-Graphics starten wollt Falls ihr nicht so leistungsstarke Rechner habt Oder mit Nvidia Ansel Da könnt ihr dann halt im Spiel sozusagen Pause machen Und irgendwie coole Fotos machen Wo ihr euch auch um die Figuren drehen könnt Und Reset Active Total Conversion Also zum Beispiel Wenn ihr unter anderem auch Primitive Plus habt Und ihr habt das letzte Mal mit Primitive Plus gespielt Dann ist das so, dass ihr normalerweise das Spiel startet Dann die Total Conversion ausmacht Das Spiel wieder ausmacht Das Spiel wieder startet Wenn ihr es hier drüber macht Dann resetet er sofort Alle aktiven Total Conversions Mit Extreme Low Memory Oder ohne Himmel-Effekte Wird es direkt gestartet Aber es kann ja sein Dass schon beim Starten sich das Spiel aufhängt Weil zum Beispiel die Effekte im Himmel Viel zu extrem vor eurem Computer sind Und so weiter und so weiter Ich starte das Ganze in der Regel über das Icon Wenn ihr Steam noch nicht auf habt Dann öffnet sich Steam damit auch automatisch Vorher war das hier unten nicht in meiner Startleiste drin Jetzt ist es drin Das Ganze dauert jetzt natürlich eine ganze Weile Bis das gestartet wird Und je nachdem Wenn ihr dann später zum Beispiel mehrere Mods drin habt Dann dauert das Ganze auch einfach mal noch ein bisschen länger So, jetzt hat er hier offensichtlich nicht die richtige Auflösung Müssen wir dann in den Optionen Ah ja, jetzt geht's Okay, müssen wir dann gleich nochmal machen So, ihr seht Es ist tierisch laut Wir machen als allererstes mal Die Gesamtlautstärke Ach, deutlich leiser Die Musik leiser Die Effekte Ich mache immer alles nur auf die Hälfte Zack, okay Jetzt kann man auch vernünftig was hören So, beziehungsweise ihr hört mich Also So sieht der Startbildschirm aus Das Ganze hat jetzt hier offensichtlich noch nicht so ganz die richtige Auflösung Ihr habt die Möglichkeit Einen ARC zu betreten Das heißt also einen Server Ihr könnt euch hier verschiedenste Server aussuchen Ihr könnt natürlich auch Wenn ihr wisst, wie der Server heißt Den ihr haben wollt Das hier oben eingeben Ich kenne jetzt keinen Ihr könnt zum Beispiel auch vorsortieren Ihr möchtet auf jeden Fall auf The Island oder The Center oder sonst einer Map spielen Dann könnt ihr das hier machen Dann habt ihr nicht so viel in der Auswahl Sondern ein bisschen weniger Hier könnt ihr wählen Welche Spielmodi Zum Beispiel PvP oder PvE Oder eben alle Und hier könnt ihr die ganze Sache zum Beispiel nach Namen Spielern Ping oder Tags Sortieren So Und Möchten sie ihren eigenen EU-Arc-Server Wer weiß, wo man dann hingeleitet wird Wahrscheinlich auf eine Seite Wo man sich welche Genau Zu Nitrado zum Beispiel Gibt ja auch noch andere Anbieter Da könnt ihr dann euren eigenen Server erstellen So Ähm Dann gibt es hier noch verschiedene andere Sachen, die ihr auswählen wollt Include Session with Mods Also Spiel Also Ähm Nach Server, in denen auch Mods mit dabei sind Ja oder nein Ähm Du kannst hier auch deine Favoriten Dann kannst du ja als Favoriten markieren Äh Volle Server nicht anzeigen Weil sie sind voll Da kommt ihr eh nicht drauf Und hier könnt ihr auch nochmal nach offiziellen Servern Ähm Offizielle Legacy Server Inoffizielle Server Also von Die offiziellen sind die, die von Wildcard selber gestellt werden Inoffizielle sind von anderen Spielern gemacht Ähm Nicht dedizierte Server Meine Überlebenden Also da, wo man selber schon Spiele drauf hat Nach Favoriten Nach Freunden Oder Nach LAN Keine Ahnung, was das denn ist Zum Beispiel, wenn ihr schon Favoriten drin habt Dann werden die euch hier angezeigt Ja Ihr könnt, ähm Zum Beispiel über Steam Bestimmte Server als Favoriten abspeichern Könnt ihr natürlich auch hier So Und dann könnt ihr aussuchen Ich will auf den, wo ich zuletzt war Oder Wenn ihr den dann ausgewählt habt Dann sagt ihr beitreten Aktualisieren Dann würde er nochmal Ähm Zum Beispiel, wenn da Mods drauf sind Die aktuellen Versionen runterladen Falls ihr Favoriten habt Und ihr wollt die nicht mehr Dann könnt ihr sie hier entfernen Oder ihr brecht die ganze Sache eben ab So Wir brechen das ab Ihr habt auch die Möglichkeit Hier ein lokales Spiel Das ist also das Singleplay Zu den Einstellungen kommen wir dann Beim nächsten Mal noch Ähm Das wäre das, was ich machen würde Hier könnt ihr euch eben aussuchen Die Hier oben findet ihr die Ark Stories Also das sind die offiziellen Maps Also das Grundspiel The Island mit den Erweiterungen Scorched Earth Aberration und Extinction Aus dem ersten Season Pass Und aus dem zweiten Season Pass Genesis 1 Genesis 2 soll ja irgendwann im Februar Glaube ich Oder im März 2021 kommen Dieses Video hier ist aufgezeichnet Am 4. Oktober 2020 So Hier sind die erweiterten Arks Falls ihr sie euch runtergeladen habt Senta, Ragnarok, Valguero Und Crystal Eyes Hier drüben seht ihr eure Mods Wenn ihr Mods installiert habt Das zeige ich euch dann auch ein andern Mal Dann habt ihr die Möglichkeit Sie hier unten Das sind die Mods Die ihr zur Verfügung habt Könnt ihr sie hier unten auswählen Und hiermit Da oben reinbringen Nur wenn sie hier oben drin sind Wird die Map auch mit der Mod gestartet An sich habt ihr die Möglichkeit Allgemeine Einstellungen zu machen Erweiterte Einstellungen Oder zum Beispiel auch Engramme rauszuschmeißen Wenn ihr das nicht haben wollt Wir können eben ganz alleine spielen Einen dedizierten Server machen Das heißt Wir können andere Freunde sozusagen mit einladen Dann ist zum Beispiel Wenn ihr die ganze Session startet Euer Computer, der Server Und alle anderen spielen sozusagen Über eine LAN-Verbindung Mit auf eurem Server Computer-Server Sag ich jetzt mal Da gibt es dann aber Das Problem Dass man sich nur eine bestimmte Distanz Vom Spielleiter entfernen kann Also ich hatte das mal ausprobiert Das war irgendwie nicht so cool Eine prozeduale Karte erstellen Da könnt ihr eure eigene Map erstellen Genau Nicht dedizierte Spielerpartei hosten Also hier hostet ihr das Hier macht ihr euren Computer zum Server Und hier tretet ihr halt nur dabei bei Oder wir brechen die ganze Sache wieder ab Es gibt auch nochmal Optionen hier Auch hier sind für das Spiel bestimmte Optionen Ihr habt also an vielen verschiedenen Möglichkeiten Orten die Möglichkeit das einzustellen Zum Beispiel Die Auflösung So wir haben das hier Dann gibt es hier Also das sind die Einstellungen im Spiel Also die Grafikeinstellungen Dann gibt es erweiterte Einstellungen Zum Beispiel Ob ihr Musik im Menü haben wollt Oder ob ihr Fahrenheit oder Celsius angezeigt haben wollt Wenn das Häkchen nicht drin ist Zeigt er euch Celsius an Wenn ihr das Häkchen reinmacht Zeigt er euch die Temperatur in Fahrenheit an Oder ob ihr ein Fadenkreuz haben wollt Wenn ihr schießt Oder eben nicht Sowas könnt ihr hier machen Hier drüben seht ihr die Tastaturbelegung Die könnt ihr auch frei einstellen Aber wie gesagt die Optionen Das zeige ich euch ein anderem Mal Oder wenn ihr mit dem Gamepad spielt Dann könnt ihr das Ganze eben hier machen Was haben wir noch Überlebenstipps Habe ich ehrlich gesagt noch nie eingeguckt Das werden glaube ich mehr Je mehr ihr gespielt habt User Interface Okay Hier stehen halt die Sachen zum Hat Wird euch alles erklärt Im Prinzip das was ich euch erzähle Das könnt ihr hier auch nachlesen Wie funktioniert Ernten Wie funktioniert Herstellen Wie baut man sich einen Unterschlupf Kreaturen Zähmen Passivzähmen Erforschen Navigation Entdeckernotizen Findet ihr hier auch auf der Map Sowas gibt es hier Dann haben wir hier die Credits Das ist einfach nur wer Sehr abspann sozusagen Wer hat hier dran mitgearbeitet Und ihr könnt das Spiel auch wieder beenden So Solltet ihr Total Conversions haben Zum Beispiel Primitive Plus Dann könnt ihr die hier einstellen Wir haben jetzt aber keine Wir haben auch eingegeben keine Und hier zum Beispiel Primitive Plus Official Da könnt ihr also offiziell Primitive Plus spielen Oder eben andere Total Conversions Soviel also zum Spielstart Und zum Speicherort Und zu den Safe Games im Spiel So Und ja Ich würde sagen Dass an dieser Stelle Diese Folge dann auch Schon wieder zu Ende ist Es war eine ganze Menge Input Wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Ihr könnt mir so lange gerne Ein Like da lassen Oder ein Abo für den Kanal Und wir sehen uns Wenn es das nächste Mal wieder heißt Let's Play ARK Tutorials Bis dann Ciao, ciao